Hmm If spray from the shadow And the leader announced Put the money in the bag What do you do? Also diese Protagonist hätte ich Bock drauf Mit dem Beschwören und so Und das sieht am besten aus Das ist gut Das ist gut Wir müssen ja nicht viel machen Beschwörung ist immer gut Beschwörung ist immer Bombe Oh, die Heals sogar Ah Wer zu uns hat den Stein Nice Man galt Kite God Ed is the name Let's go Also diese Protagonist will ich haben Ähm Ich krieg range Summoners Wolf So, er kriegt erstmal cooldown Was kannst du Was kannst du? Melee Eel Inspire Give allies Damage Flame Also du? Du siehst verlockend aus Oder du? Melee und Health Mehr als nur Precious Ich hab Items noch Wir gehen 5 Block Damage Kann ich Heals Damage Shame Shame Haben wir geben uns selber Block Den Anfang Wirst du erreichen So Ja Das Spiel ist auf der Versuchsfaktor 110 Ihr seht schon Maximum und so Zacken ist einfach permanent Du musst aufpassen wie ich meine Maus wäre da Man kann sich ja selber heilen deswegen ist es eigentlich ganz gut Das war easy Oh mein So Immer Upgrade 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 ist dann eigentlich Broken Ähm Protagonist Ja Wir nehmen mal den Protagonisten Mehr Speer Du bist Ninja Step Ah ne Ich will nicht surrendern Wir kriegen ja Touch Ist ja auch Touch Ja geil alter Da ist doch Snudgy Wir haben noch Damage Und Let's go Also kein Geld mehr Go Trashen Easy Oh die leben noch So Ich muss mal Geld anstellen Ähm Und so So Ich muss mal ja Feel Ja Noch ein Upgrade Nice So jetzt heilt er sich ein bisschen besser Und macht mehr Damage Oh Oh Look at this Okay Oh 10 Health 10 Health Parry Ah das ist so gut Aber wir gehen Wir machen weiter An Agnes After a long walk You came to the Colossea tree So big that cloud passed under the branches You hear noise And looking up you see a seed is falling towards the party What do you do Keep looking at the seed And we shoot to everyone to get away Try to deflect this Hit with your weapon Simply dodge Simply dodge Stop Hurt Metaur What is Scream everyone is Starlet But they are too shocked to move If they sit with the Metaurite false heads It's majesty in their head Everyone is desperate After a while you realized that the crown somehow managed to crush der Fall des Seeds oh wow es war nicht ein Fertil Entschuldigung dass du dem King eine Royal Band Aide oh mein das war diese Royal Band Aide Royal Band Aide oh wow das war sogar gut holy shit noch ein Heavenly holen da hätten wir ja den Boost von Heavenly wir nehmen sie auf jeden Fall mit oder warte mal was kannst du Inspire wir nehmen die links wieder damit das ist gut wir wollen wenn die sagen aber der ist jetzt Max Schufe äh was haben wir denn hier after taking damage gegen Boxen block all or one damage block all damage that lose one charge eigentlich auch broken meine damit mache ich meine Dings einfach unsterblich ja machen wir so ach guck mal die hat nix ach guck mal die hat nix ach so ok schauen wir mal ob das so klappt dann dann gehts wo ist mein nachkämpfer da oh neuer bom 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 alle nachkämpfer sind sterblich da kann ich ja vortreten bruder mit der mit der heal und Dings alter ist gg ja gg ich glaube ich hat das Spiel geknackt naja mal sehen also die nahkämpferin brauchen wir immer mindestens einen nahkämpfer weder was kannst du melee inquires after taking 15 damage wird immortal gehn fote haste liebte pate auf und vorwahl Ach so jetzt verwandelt sich in der werke alter und lockt die amok Er soll nicht schlecht Ich krieg mal ab Fraschen noch mal vielleicht gibt es ja eine grundabsicht zu friezen Ich wirklich Ich hab an meinen Bären noch nicht 150 auf alter Warte mal Wenn wir so machen Dann einfach das hier kaufen Machen wir so Dann hat sie auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Reduction haben wir jetzt einfach schneller heilen Oh wir gehen mal zurück Oh nein Away from the shadow And the leader announced Put the money in the bag What do you do Oh my Put the money in the bag Fight back Time to shine Lutz first Time to shine Ich hab zweimal time to shine Good first natürlich Einmal look at the bandit leader Knock out cold Und Fast head Holy shit Irgendwas hab ich gekriegt Ah da Hastie Hastie Ich hab vier hastie tokens gekriegt Bruder willst du mich verarschen Ah zwei stecken Ich bin dumm Zehn gold Haste Und haste to parry Damage Damage Also das können wir mitnehmen Aber das nehmen wir auch mit Das geben wir jemanden Damit hat dann jeder Guck mal hier Der kriegt anstatt Damage Kriegt der hier Block Aber das kann man verkaufen Reroll Immer noch kein Dings Könnt ihr sie upgraden Oder Noch ein Block Dings holen I still move If you splash water in it Hä? Du bist voll schwach Why? Dann machen wir so Machen wir so Gut dann Let's go Ich hab das mal so treasure Open the chest Viel gold Und Alter Super mega platte Und schon haben wir jemanden Upgraded Der kriegt super Haste Und der kriegt Super Armor Also der ist kompletter Tank Junge Komplett Tank Wir kaufen noch Haste Kokain Können wir noch rausnehmen Ich meine sie hat schon Block Wir geben einfach Haste Dann willst du noch schneller heilen Und einfach GG Sonst ein Gold Was gibt uns ein Gold Okay Das gibt uns ein Gold Machen wir aber nicht Äh das spielt keine Rolle Okay Alter drei Stück noch Wir kommen nicht durch Oh Rücken Alter wir kommen nicht durch Was soll ich sagen? Sie lebt noch Machen wir noch Mega kill Holy shit OP Easy Alter What the fuck What the fuck war das denn Alter ist Alter 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 Das ist Alter Der ist überhaupt nicht Broken ach ja auch doch war dabei war okay ja schon max level was das on it yourself also wenn er der mensch macht halt er sich ja komm das könnte man gut benutzen jetzt mal ein Fragezeichen wir finden Isolation hat taken over by Fungl got the window looking for gold trying to prove the place break down the door you knock on the door down with a single blow but it doesn't seems to be any trace alive in this place other than the mash rooms that are actually everywhere you get a funny smell from the spots then we are squished on the door okay come on touch tokens ich weiß nicht taugt siehst du schon können wir den hier maxen oder okay wir können hier aufgeben dann lebt es ein bisschen länger ja der hat auch noch und macht on hit alle max war und dann kriegt der noch aber ich werde noch für was soll ich das ist ein re-roll das ist ein items ja weil die enemies her von uns also reduce das image ja die gegner nicht reduzieren Was würdest du dir sagen? ja komm glaub ich max und ab zuerst oh holy shit alle die slow der slow war alter ok 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 die bären sind aus op guck dir an guck diese bären die überrennen sie einfach mit shields ja final round ja boss ja boss that's a lot of damage ok die müssen hier aus rum gehen ja 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 das ist machbar ja das ist machbar ja wie soll der keine linksbalken bei wenn du ich habe gar kein linksbalken weh das ist das ist so easy dass ich so easy Ich werde dich töten und dann wieder töten. Wo sind meine Bären? Und da sind sie. Easy. Ganz easy. Das war's? Oder was? Das war's? Das war ja easy. Bären plus Heal plus nochmal Heal plus Damage. Es gibt es zu einfach. Zu einfach Leute. Alle Zonen haben wir geschafft. Es gibt auch mehrere Zonen. Oh shit. So. Meine Damen und Herren. Ich denke mal das war's. Erstmal. Wir werden dann versuchen die nächsten Tage die andere Dings zu versuchen zu besiegen. Aber das Game hat auf jeden Fall Suchspotential ohne Ende. Und es gibt auch noch Challenges. Dann will ich gar nicht wissen was da noch ist. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Komm. Untertitelung des ZDF, 2020